moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu empathy das war knapp möchte ich mal sagen denn ich hab da von da oben nicht mehr so richtig gut runter gefunden also ja ich weiß wir sind hier irgendwo hier hinter hochgeklettert hinter dem haus des doktores aber irgendwo da hinten bin ich dann über die dächer gestiegen und so anders ging es nicht so es ruckelt ein bisschen warum okay lasst uns mal die häuser nach und nach absuchen so kommen wir hier ein supervoll die sinnvolle tür hast rein was klickt da nur eine uhr eine uhr die kriegt aber keine zeige bewegt okay was haben wir da ach der tabel und die joyce das abflusssystem hier muss aufregend gewesen sein wenn das hier überall fels ist naja schön okay so gehen wir mal alte taschenlampe okay so zwei betten drei betten a2 und ein ehebett okay die kinder hey kids dass die taschenlampe noch funktioniert habe ich wundere mich ja dass unsere eigene funktioniert okay was haben wir da es könnte aber auch schnell sehr unangenehme konsequenzen haben wenn herauskommt dass ihr keine äh naja richtigen ärzte seid also so für wieso ruckelt das denn hier so ah guck mal den draht können wir das anschubsen nö das ruckelt ganz fürchterlich na guck mal okay irgendwas ist merkwürdig irgendwas ist komisch und ich entschuldige mich dafür aber ich weiß nicht da haben sie den schrank vor das fenster gestellten ja irgendwo muss er hin okay so also gut das ist ja fürchterlich warum ist das so also gut das ist die krankenstation oder wie auch immer man das nennen möchte und hier wohnen also diese ärzte mit pabel und joyce die kinder oder wie so hier gehen wir zum eingang sehr gut die einstellung gefällt mir hier voll die sinnvolle bauweise ne kleiner vorsprung jawohl falls mal jemand einbricht ist es lockt okay irgendwas hier drin im mülleimer nö kommen wir durch eine hintertür hinein sieht nicht so aus könnte das der grund sein warum ich oben vom berg runter gehen konnte warte mal das probieren wir mal gerade können wir das hier auch machen ja nun hüpf schon alter ernsthaft muss ich erst den langen weg nehmen okay so den langen weg können wir da aufs dach drauf hüpfen und wenn das bringt uns das aber da auf den vorsprung hüpfen und möglicherweise wozu sollten wir das machen müssen ich probiere es mal hier vielleicht können wir da auf den balkon klettern so das geht tatsächlich cool ob das so gedacht war man weiß es nicht es war so gedacht okay hier hauste jemand das sieht nicht so aus als ob das so sollte oh mein letzter brief liebste esther ich bin jetzt an dem kalten ort meine handlungen haben mich hierher gebracht ich weiß nicht ob es richtig war verrie zu folgen aber ich bin ein fass in ein fass ohne boden gefallen ich warte auf rechnen rettung aber ich denke es wird niemand kommen und ich denke ständig nur an dich du wirst wissen wo du mich finden kannst schließen ach so das ist gar nicht der name mein letzter brief da haben wir es wieder die faszinierende bauweise der ein alter fällt mir jetzt erst auf hier okay wow deshalb sollen wir hier reinkommen durch die hintertür weil naja so kommt man schneller wieder raus okay gut mein letzter brief hier war nix das hatten wir schon ausprobiert mal gucken wer wohnt denn hier hier wohnt gar keiner ach ne jetzt sag nicht da müssen wir auch da oben durch na schön warum eigentlich nicht wir haben es einmal hinkriegt warum sollten wir es nicht ein zweites mal hinkriegen so dass das hier so ruckelt das finde ich gerade sehr störend es tut mir leid dass ihr das auch mitmachen müsst aber ich habe keine ahnung woran es liegen könnte so da ist ein ballon aber da kommen wir wahrscheinlich nicht so gut hin ne da können wir aber sehr gut sterben wie es aussieht okay ich versuche hier aufs dach zu springen hüpf das geht das ist super hier vorne vielleicht durch ja das hat auch geklappt und wie jetzt weiter äh ich würde hier sogar encrouchen wie bei minecraft ne das ist nicht gut hm wenn ich von dem dach abspringe vielleicht lande ich dann ja ach komm das ist blödsinn wir probieren es jetzt hier einfach okay so äh jetzt vielleicht ne hier war höher oh ich komme immer noch weiter runter hüpf das hat geklappt aber dann geht es nicht weiter bumms na toll na super okay das funktioniert überhaupt nicht nein nein okay ich sag mal so was warum hat es hier einen Erddrutsch gegeben oder was na schön also wir sollen in dieses Haus nicht hinein außerdem wie sieht das denn aus hier mit den okay wir sollen hier nicht rein irgendein offenes Fenster gut hier flackert schon die ganze zeit diese Kiste vor sich hin aber was ist das das ist ein new arrivals ach siehste hey wir hätten und da flackert auch noch was hier hätten wir eigentlich ankommen sollen okay und was haben wir da hallo oh es wird erst mal gewaved alles klar Frequency hier so ja okay du musstest dir also die Mitgliedschaft in dieser erhabenen Gesellschaft hier oben erkaufen aha klar natürlich ich meine sicher so sollte jeder irgendwo was beitragen können oder sollen aber ja so mit Flüchtlingen obwohl nee das erinnert mich gerade dass wir diese Diskussion ja auch gerade führen die Flüchtlingsgeschichten ne okay aber wir Milch oder was ist das aber wir sagen nicht dass sie was mitbringen sollen äh okay da hoi was haben wir hier oh okay es gibt hier viel zu Frequenzen oh Gott oh Gott ist das furchtbar sagt ihnen das vorher auch jemand dass sie dass sie was mitbringen sollen egal was egal was damit sie sich hier den Zugang zu diesem vermeintlich sicheren Ort erkaufen können wahrscheinlich wahrscheinlich nicht ne und was ist mit den Leuten die abgewiesen werden wo bringen sie die einfach wieder zurück oder was passiert mit denen Menschen sind furchtbar okay so hier ist nichts weiter und hier haben wir eine faszinierende Aussicht da müssen wir auch gleich mal hingehen das machen wir auch direkt mal da kommen die Leute an mit dem Zug und wandern dann hier rüber sehen als erstes die sehr warmes Willkommen diese Absperrung super ja herzlich willkommen was haben sie dabei geben sie es her was sie dabei haben und dann darfst du der hier darfst du vielleicht im Zelt übernachten oh ne was ist geworden keine Waffen ne super hier hat jemand geraucht so wer hat denn hier geraucht lass mich raten Anton nee so nicht so okay acht was ist das für eine Petition ganz ehrlich wie bescheuert ich meine also angenommen jemand wird hier abgewiesen oder was auch immer wo soll der denn hin zurück zum Bahnhof und was dann was dann der Zug fährt einmal am Tag oder so und da hängen Leute rum die 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 Güter auch abladen und dergleichen was sollen die da machen weiter Aufstand proben oder was das ist total sorry das ist total logisch jetzt guck mal hier hab ich was übersehen den ersten Nagel im Gesicht jetzt wird's eklig jetzt wird's echt eklig entschuldigung ich muss mal nebenbei was essen ich hab war heute so lange in der Planet Koster Aufnahme da hab ich noch nicht hingekriegt was zu essen okay ja es sind ja tolle Sitten hier so also die Nichtärzte und das Zögerer Arztgebäude Empfangskomitee nix und Abschiedsbrief arbeiten wir uns mal weiter vor durch diese Stadt was ist das da ist noch ein Schild Storage ja gucken wir uns erstmal im Lagerraum um Storage es ist lockt super gibt's einen Hintereingang ja es gibt da eine Tür die die aber auch lockt ist können wir es nochmal was geben muss ich von der anderen Seite kommen na hier super WC die sanitären Anlagen sind der Hammer aber bei allen anderen haben sie es geschafft das in der Erde zu versenken na dann ich probiere nochmal hier den die Abkürzung vielleicht so ne das wird auch nix ne ich probiere es ups oi nein okay gut da kommen wir später rein das war jetzt noch nicht für uns bestimmt das ist hier gar nix das haben wir noch nicht in den Storage kommen nix ah schönes Sitzbänkchen ja irgendwo müsste der Müll ja hin so komm lass uns erst mal aus Klo gehen nein und ich muss so dringend hallo ist da jemand dran hallo ich muss wirklich ganz dringend und lass ein bisschen Toilettenpapier übrig haben wir hier auch nix also hier Waffen ne genau keine Waffen ne ist schon klar okay ja Leute die nicht mit dem Zug fahren können oder wollen können sich natürlich auch auf die beschwerliche Reise zu Fuß machen klar wieso nicht okay also Rinder die was überlebten oh alter ja das ist ja the devils on the cops called the stags the troublemakers but it was really only about throwing up a giant middle finger to society or to be perfectly honest perhaps it was ever mostly about cruising around and drinking beer okay it was all about the open road for him the jackets the clubhouse the beer none of it ever mattered as much as the freedom simply knowing that the road was out there was enough sometimes he misses it now the road is still there hmm können wir die nehmen können wir die mal ausprobieren nicht dass wir zurück müssten oder dass ich nach Schönerhaus zurück wollte aber hmm sie haben Karten gespielt okay irgendwelche Heftchen eine blaue ein blaues Heilstuch mhm halt warte wo die zählen natürlich natürlich klar oh schick auch wieder mit Ausblick oh wilder macht das Licht aus aber hier ran kann ich nirgends ne hm ist das nicht ein klein bisschen unvorsichtig die Waffe hier einfach so stehen zu lassen äh ich meine ja nur okay okay warte 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 was ist hier passiert was hmm scheint als ob ihr hier in eurem bezaubernden Eagle View ähm das ein oder andere Problemchen hattet ja warum also ich meine warum ist irgendwie schon klar es läuft doch immer wieder auf dasselbe hinaus ne in Tchernorsk war es das Militär im Bahnhof ja die Machenschaften hier mit Arm und Reich und Bevorzugung lalalalala und hier ist es der Polizeistaat hm im Grunde immer das selbe Thema aber was was mir zu kurz kommt ist woran hat es denn jetzt gelegen dieser Wahnsinn diese diese Kontrolle diese weiß ich nicht dass Leute verschwinden warum Ross Tagebuch Nummer 15 oh wir haben eine Menge Seiten verpasst 21. September es ist eine Siedlung die Leute auf dem Plateau bauen eine Siedlung es entstehen Gebäude aus Stein sicherlich Überlebende aus Tchernors die Armen irren werden sie dort nie finden früher oder später werde ich mit ihnen in Verbindung treten was die Leute auf dem Plateau bauen eine Siedlung hm hä aber was äh die Leute sind von Tchernorski hergekommen oder gibt es noch eine zweite aber das hier ist doch äh naja das hier ist doch Egil's View sie hat doch eine eigene Bahnlinie Bahnstation oh also warum mach ich das niemand weiß es vor allen Dingen da wir dort ja schon gewesen sind hüpf cool wir kommen aber leider nichts übers Geländer na gut ha ok so dort sind wir schon gewesen also nehmen wir uns mal dem Stadtzentrum hier wird noch gebaut wie so schwierige Idee das hier würde niemand entdecken hä oh warte halt hier da guckst du was ja ist das nicht irgendwie normal gehört das nicht zum Klischee des Baugewerbes dass Dinge fehlen entwendet werden oder sonst irgendwas das ist doch voll Klischee und warum haben die so doof gebaut ok da liegt noch eine Menge Zeugs rum irgendwas was wir untersuchen können nö oh hallo moin eagles und hi hängst hier aber ganz schön in den Seilen witzig komm ich da hoch und wenn ja wieso oh mit die Stange geht mir mit ins durchs Gesicht oh das habt ihr jetzt nicht gesehen ne ich bin weg tschüss wieso ey das ruckelt alter so ab ins nächste Haus hier hängen Sachen rüber hm ab ins nächste Haus ist versperrt Mist gibt es einen Hintereingang oh ah wir sehen den ersten Stromkasten na sowas warum kommen wir da nicht rein oh new addict oh as of the day new arrivals will be required to recontribute to our town and its people with the supplies resources oder einfach toll das hängst hier auf das musst du am Bahnhof wo die Leute einsteigen ne those who cannot render contribution from the arrival may be passed along until such time as they can was ey wie mies du darfst kommen dann erfährst du beim kommen ach ja du hättest was bringen müssen und dann darfst du äh darfst du das Ticket nochmal kaufen auch wenn er braucht es wird auch die ins auch das was die vertreten das die past am da tag da kürzelt wird zu eben haben mit dem stand ist die als sind da ist ja wie mies die vier administration natürlich es hat selbstverständlich eine administration gegeben Hier komme ich auch nicht rein. Wo komme ich da nicht rein? Kann ich da hüpfen? So, erstmal probieren. Ähm, ich weiß, ich sollte nicht, aber Spielkind und so. Okay, so, rein. Und es ruckelt, was das Zeug hält. So. Jetzt wäre es natürlich cool, da oben drauf zu kommen, ne? Aber warte mal. So. Alter. Äh, wir könnten auch einfach die Leiter dann nehmen. Da müssen wir sowieso hin. Guck dir das an. Okay. War die Leiter eben auch schon da? Ne, warte, wir müssen ja auch in das Gebäude, ne? Lalalala. Okay, alles klar. So, wir müssen in das Gebäude. Das sieht jetzt nicht so gut aus von hier. Ein bisschen Anlauf. Drei, zwei, hüpf. Ja, das war total spannend. Okay, gut, lassen wir das. So, weiter in ein wunderbaren Stadtzentrum, genau. Egelview ist immer wieder eine Reise wert. Nicht wahr? Sind auch so nette Leute hier. So, du fühlst dich irgendwie bedroht von der Gesellschaft ausgegrenzt oder, ach, tja. Machst dir Sorgen um deinen Gesundheitszustand? Und kein Problem. Kommt, Egelview. Hier ist alles cool. Die Leute sind hier gut drauf. Na, okay. Oh, das nenne ich eine Küche. Das nenne ich mal eine Küche. Alter. Schön. Hier würde ich auch gern kochen. Der Geschirrspieler funktioniert nicht. Naja, gut. So. Ja. Nix drin, nix drauf, nix drunter. So. Noch mehr Küche. Aber nichts, was wir untersuchen könnten. Haben wir eigentlich irgendwas mal. Wir haben nichts aufgesammelt. Null. Das ist nur zum Entdecken hier. Radio. Nö. Dosenöffner. Cool. Wer hat denn noch Zeit und Gelegenheit? Oh, Entschuldigung. Ja, Verzeihung. Darf ich mich mal? Komme ich nicht dran vorbei. So. Hier war doch irgendwo. Ne, das war auf der anderen Seite. Ja, das war auf der anderen Seite des Gebäudes. So. Yeah. Wo ist es? Da. Was bist denn du? Entfernen, was? Welches? Das ist gemein. Fast so alt wie du, Paps. Ja, super. Na, schön. Okay, aber mit dem Blick auf die Uhr heute ist es auch mal gut. Okay, wir haben noch immer ein bisschen was zu erkundschaften und den äußeren Ringen hier. Irgendwie müssen wir noch zusehen, dass wir unten in die alte Stadt kommen und dann sollten wir vielleicht auch den Aufzug hier in Gang bringen für was auch immer. Na schön, also es gibt noch einiges zu tun und ehrlich gesagt, also hier jetzt mit diesem Polizeistaat finde ich jetzt nicht so lustig. Aber gut, egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Auf Wiese gehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.